Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial Video zu Age of Gladiators 2 Rome Heute gehen wir in Kampf, weil wir haben einen Und zu den Gladiatoren habe ich ja schon etwas gesagt, sonst kannst du es nachschauen hier auf dem Video Und wie das mit den Waffen ist und der Rüstung auch Wir gehen heute neuer auf den Kampf ein Normalweise gibt es Kämpfe 3 gegen 3, 2 gegen 2 oder 1 gegen 1 Das ist ein 3 gegen 3 Kampf Man kann aber auch, wenn Venatio steht, gegen Tiere kämpfen Und dort ist genau das gleiche, gibt es auch 1 Mensch gegen 1 Tier 2 gegen 2, 3 gegen 3 und Tiere sind so Löwen, Bären, Digger, Wölfe Die haben auch verschiedene Levels, so wie hier Ich habe es jetzt so eingestellt, man kann das auch ausschalten, nämlich in den Optionen Dass ich sehe, was der Gegner alles hat und was für ein Level und so das er hat Und kann mich darum ungefähr Jetzt suchen wir 3 Gladiatoren aus, du hast zum Beispiel schon eine Waffe Den nehme ich auch noch und du siehst, da verändert sich gerade etwas, sie kommen aber später dazu Ähm, und ich nehme noch irgendeinen, ein bisschen schwachen Äh, da der 2 Handbag, so Der hat noch gar nichts, das ist wunderbar Also, du siehst jetzt, das sind die Wetten, die ich machen kann Ich habe jetzt hier maximal 80'000 Std. rein, in eine Butter, also Wetten Das hat dann einen kleinen Zusammenhang mit, wieviel Wert hat der Kampf, wieviel Zuschauer hat der Kampf Also der Kampf geht jetzt um 150'000 Std. plus minus, den ich gewinnen kann Plus, wenn ich 80'000 rein setze, 8 zu 1, wenn ich gewinnen würde, komme ich mit 10'000 rüber Äh, das ist aber nur weil ich jetzt so gut bin Es kann natürlich, vor allem ganz am Anfang ist es umgekehrt, wenn es zum Beispiel 1 zu 8, dann kann man ein bisschen mehr Std. raus holen Er will eigentlich nie so Ah, und dann gibt es noch andere, es gibt zum Beispiel auch, ähm, Leute, die tun niemand anzeigen, die warten, bis man selber zuerst etwas erneut hat Also, bis man selber einen ausgewählt hat und wird erst dann einen Gladiator wählen Und dann gibt es auch noch solche, wo zum Beispiel Gladiatoren nur mit Fäust kämpfen lassen, so ein richtiger Fäustkampf Ist äh, sehr abwechslungsreich, also sehr abwechslungsreich gemacht und auch noch sehr spannend Aber noch einmal schnell zurück zu diesen, äh, 150'000 da Weil von diesen 150'000 Wollen die Gladiatoren natürlich etwas verdienen Also irgendeinen Betrag muss ich diesen dreien Gladiatoren geben Und je mehr ich ihnen gebe, desto höher wird die Moral beeinflusst Also, oder anders gesagt, wenn ich ihnen natürlich weniger gebe, gibt es weniger Moralpunkte für sie So, aber ich bin sehr ein grosszügiger Mensch, sprich Gladiator, äh, Schüler, Lehrer Und gebe ihm da zum Beispiel im Zweihandpack 60 Moralpunkte Du brauchst aber übrigens noch eine Waffe, die kann ich jetzt da aussuchen Ich weiss, du bist ein Sika-Typ und ich gebe dir einfach mal die Besten Und dann brauchst du auch noch eine Rüstung Was willst du denn? Eine Traex-Ausrüstung, sehr gut, die braucht nämlich nur eins, so ein Teil, äh, so ein Slot Er hat ja 6 Slots, die er brauchen kann Und dann geben wir dir noch andere Sachen Du hast schon ein Schild, dir könnte ich noch ein Schild geben Und wieso würdest du nicht noch etwas auf kritischen Schaden machen? Dir könnte ich eigentlich auch noch etwas kritischen Schaden geben Dir würde ich gerne einen Counter-Attack geben Und da sieht man übrigens, wie gut, dass sie noch Zweige sind, wenn das auf Null ist Ist die Waffe beziehungsweise, dass der Gegenstand tot Fertig, aus, Amen Was habe ich jetzt dir gegeben, da? Äh, genau, ich habe dir noch einen Counter-Attack gegeben So, äh, ich gebe dir den Und du könntest eigentlich da noch etwas brauchen, um auszuweichen Das wäre super Und, ähm, da Ich dir nur noch das kann geben Ist gut Dann kann man das Ganze simulieren lassen Dann, ja, hast du einfach gerade ein Resultat Man kann es simulieren lassen, dann passiert es so auf Textbasis Man sieht, wer was macht und wer wie trifft Und wie viel Schaden das es gibt Man kann ein Spectate machen Das heisst, man sieht den Kampf in der Arena Man kann ihm aber nur zuschauen Der Compi macht alles selber Oder wir fighten selber Natürlich fighten wir selber Und darum Entering in die Arena Die sieht übrigens bei Rome Äh, also Age of Gladiators 2 Rome immer gleich aus Es ist immer Sand mit einer so Arena Bei Age of Gladiators 2 Also wo sie in die Zukunft geht Ist cool, da gibt es immer etwas andere So, und dann sieht man da folgendes Ähm, man kann da ein paar Sachen auch ausschalten In den Optionen Man kann zum Beispiel auch ein- und ausschalten Ob es Blut gibt oder nicht Und etwas habe ich vergessen zu sagen Äh, die Initiative die ein Gladiator hat Entscheiden die Reihenfolge Da, also ich sehe jetzt Der ist zuerst, der kommt er, der kommt er Und der kommt dreimal der Gegner Und dann kann man mit WASD Tasten ein bisschen rumschauen Ähm, man kann Auch die Dinger da ausschalten Genau, äh, man kann Vogelperspektive machen Oder so halb Ja, halb 3D Sicht Da kann man die Kamera auch noch so drehen Oder den anderen weg, so wie man will Oder wenn man da drauf drückt Ist End of Turn Also für den Spieler Und jetzt kann ich, das finde ich eben noch recht gut gemacht Man sieht gerade, wenn ich bis da hinlaufe 1, 2, 3 Feldchen Dann habe ich noch 7 Aktionspunkte Die ich verwenden kann, um den Angriff Und hier unten sehe ich, wenn ich einen leichten Schlag mache Brauche ich 3 Äh, Aktionspunkte Ich habe eine höhere Chance zu treffen Aber dafür nicht so eine starke Das ist ganz normal Also da werden alle die Werte übernommen Wo so ein Gladiator hat Und da gibt es natürlich noch Einen harten Schwung Wie das so schön da steht Da gäbe einfach plus 3, ein Drittel mehr Schade Aber die Wahrscheinlichkeit ist fast um einem Viertel kleiner Dass man dafür trifft Dann kann man, äh, stolz sein Ähm, also Umprallen Und noch etwas mehr Actionpoints Auserholen Es ist zwar nur die Chance 1 zu 4 Dass man das erreicht Aber meine 6 Actionpoints Das wären jetzt 2 Schläge Wäre nicht schlecht Man kann aber auch den Gegner beleidigen Also wenn ich genug Weib vorne bin Kann ich ihn beleidigen Und ihn sozusagen einschüchtern Dann treffe ich ihn auch noch etwas mehr Und er Da können wir dann nachher Die Spezial-Fähigkeiten Je nach Ethnie Was so ein Gladiator hat Anders Ausfall Er kann jetzt da zum Beispiel 300 Hitpoints dazu bekommen Und sich selber schnell ein bisschen heilen So, aber ich zeig dir jetzt einfach mal wie das läuft Ich gehe auf ihn zu und schlage einfach mal eins auf den Grund Und mal schauen Er hat ihn jetzt getroffen 208 Punkte gegeben Und, ähm, wow, das war ein guter Schlag Es ist auch mal ein bisschen zufalls generiert Weil, äh, von diesen 3 Schlägen Also wirklich gut trifft Also ich habe es auch schon erlebt Dass man mit einem leichten Schlag Irgendwie 1000 Hit, äh, 1000 Lebenspunkte Im anderen kann abziehen Manchmal blockt er es halt der andere Es kommt auch auf den anderen Gladiator darauf an Du siehst es jetzt gerade Jetzt siehst du auch noch, ich habe einen Actionpunkt Führung Mit dem kann ich eigentlich nichts mehr anfangen Ich könnte das machen, mache ich aber nicht Und darum mache ich einfach Und dann heisst es da, ah, ich habe einen nicht gebraucht Das heisst, ich gebe mehr Chancen Für einen Rückschlag Falls er mich schlägt, habe ich dann eine höchere Chancen Dass ich wieder retour schläge Ist manchmal taktisch sogar noch sehr, sehr wichtig Dann, der Sika-Typ Secultor Äh, der Sika-Typ Secultor Das weiss ich, das ist ein Spezialist Den habe ich so skilled Dass er von hinten kann angreifen Also ich gehe jetzt wieder da hin Und ich weiss, ich habe dann noch 7 Punkte Ähm, ja Er hat eine sehr leichte Waffe Darum braucht 1 Schlag, nur 2 Aktionspunkte Ja, jetzt hat er nicht richtig getroffen Sonst hätte er ihn gekillt Jetzt können wir hier mal schauen, wie das läuft Wenn ich einfach immer nur hart mache Jetzt hätte er Äh, können ausweichen Und hat sich dabei selber gerade noch gekeilt Und ich hätte können Bei ihm, er ist ein Gallier Äh, das können einschalten Dann hätte ich plus 10% mehr Schaden gemacht Aber, so läuft es manchmal Man kann nichts machen Wenn es nicht richtig Läuft So, ah, du bist auch ein Sika-Typ Ähm, du könntest eigentlich auch Der von hinten angreifen Manchmal bringt es etwas Und da steht Hit from behind Aber er hätte sich natürlich Super können wehren, ja, no Okay Und äh, Hit from behind Gibt eigentlich meistens sehr Oh, schau, jetzt hat er gerade einen Rückschlag gemacht Wow Äh, du hast genau das gleiche Du bist auch ein Afrikaner Nein, ich hätte noch einen anderen nehmen Ja, no Ja, jetzt ist es so Jetzt kommt er dran, oder Jetzt kann er mal zuschlagen Und ich muss einfach hoffen und beten Dass er nicht richtig trifft Oder dass meine Leute Ausweichen Oder blocken Manchmal haben sie ja auch noch Sand dabei Und so Und das könnten sie jetzt auch einsetzen Dann ist die Frage Wie gut kann ich dem Sand Also den, den nimmt er ja Wie vom Boden Und rührt mir den ins Gesicht, oder? Dann kommt's einfach drauf an Wie gut kann ich dem Wow, das ist ein guter Schlag gewesen Weeeeeeh Okay, da muss ich mich gerade rachen. Was wollte ich sagen? Wegen dem Sand. Wenn er mich trifft mit dem Sand, dann muss ich eine Runde aussetzen. Dann kann er eine Runde nichts machen. Und das ist manchmal noch ein bisschen blöder. So, aber ich habe hier genügend Heilpünkte. Ich mache jetzt die einfach so. Fertig. So geht das. Wundervoll. Ich habe einfach das gute Gladiatoren. So, jetzt laufe ich dem hier ein bisschen näher. Bei den Tieren empfehle ich eine sehr gute Taktik zu wählen. Weil Tiere sind wirklich sehr heftig. Bei den Tieren ist grundsätzlich empfehlenswert, sie kommen zu lassen und nicht Tiere anzugreifen. Weil wenn man Tiere angreift, dann hat man einen riesen Anteil. Ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen, das hier zu machen. Mist, ich habe noch nichts. Hast du noch einen Schag? Ja, also komm, mach. Ah, jetzt hätte er schon wieder ausweichen können. Dann sehe ich. Kannst du? Nein, du hast auch nur Ignore Pain. Oh, warte schnell. Bei dir wäre es aber vielleicht noch gut gewesen. Und dann sieht man es nämlich auch mal. 300 Heilpünkte und ein bisschen Hitpoints. So, aber der andere blockt eins. Machen wir mal ein bisschen so. Ja, das ist jetzt nichts gewesen. Und jetzt kommt er sogar noch ein Counter über. Mensch, Meier. Vielleicht brauche ich da unten ein bisschen Hilfe. Wer könnte eigentlich immer da helfen, dass der Stalos nicht... Ja, sehr gut. Er hat können blocken oder besser gesagt ausweichen und hat sich so ras wieder ein bisschen heilen können. Sehr gut. Du hast auch können ausweichen, aber wow, was läuft denn da? Ja, siehst du, er hat jetzt Sand gerührt und hat irgendetwas oder etwas anderes gemacht und hat es nicht können. Er hat verfehlt. Auf jeden Fall, was habe ich da? Drei, zweimal auf den oder einmal auf den. Du bist eigentlich noch fit im Gegensatz zu dem. Wir gehen jetzt erst auf dich. So, jetzt komme ich da wieder von hinten und hoffe, dass ich jetzt mal einen treffe. Nein, schon wieder nicht. Bitteng. Ah, und ich habe schon wieder vergessen, das einzusetzen. Ich habe noch... Schauen wir, jetzt kannst du das aber bitteschön mal einsetzen. Dass wir eben hier mal eins richtig auf den Grin schlagen können. Jawohl. Gesehen. Ähm, normalerweise, oder manchmal, wenn ich ihn wirklich gut treffe, äh, spritzt noch das Blut am Monitor. Wenn man das eingestellt hat. Wenn man das nicht will, kann man das auch ausschalten. Ich empfehle das Spiel ich eh. Übrigens, erst ab 18 Uhr zu spielen. Oder erst nach 18 Uhr. Eins von beidem. Ja, und so geht das jetzt eigentlich weiter, bis alle tot sind. Vom Gegner. Kann ich noch einmal? Ja, ich kann noch mal. Komm, den machst du fertig. Jawohl, so. Sieht das aus, wenn man jemandem killen. Aufschlitzt. So, digital. So, und jetzt kommt der, ähm, ja, der Resultatbildschirm. Oder, ich habe 10'000 Std. durch Wettener gewonnen. Das hast du ja vorhin gesehen. Die haben auch 100'000, 150'000 Std. gewonnen. Dabei gebe ich aber 108'000 an die drei ab. Ich nehme an, die werden gerecht verteilt. Das weiss ich nicht. Habe ich noch nie nachgeschaut. Und dann sieht man da, was alles passiert ist. Also, mein Afra hat der Zirikus, ähm, untauglich gemacht. Der Zirikus hat den Seno untauglich gemacht. Und der Zwei-Handbag hat den Stallos sogar gerade gekillt. Darum steht auch da gekillt. Oh, der hatte Level 4. Nicht schlecht. Ähm, wenn man verliert, dann darf das Publikum entscheiden, was, was mit diesen Leuten da passieren soll, wo da sind. Und sie haben jetzt da, äh, entschieden, dass der Zirikus, äh, auch sterben soll. Anscheinend hat er schlecht gekämpft. Darum haben sie ihn nicht cool gefunden. Oder er ist einfach ein Anschlag gewesen vom Charakter her. Und der Zeno, der soll überleben. Wunderbar. Und dann wird das da natürlich dazu gezählt. Oder ich habe jetzt so irgendwie drei Sieg gehabt. Und ein Kill für ihn. Und so weiter. Und so fort. Ja. Und eigentlich ist das so gewesen. Mehr oder weniger. Wir gehen zurück in den Bildschirm. Und da siehst du, da kommt ja schon der nächste Kampf. Eben, wenn es gegen Tiere wäre, würde da oder da, ich weiss es gerade gar nicht, irgendjemand immer, würde Venatio stehen. Und dann würde ich aufpassen. Vor allem ganz am Anfang würde ich nicht gegen Tiere antreten oder wenigstens nur Sklaven reinrühren, weil die Tiere sind am Anfang recht heftig. Und ich empfehle, wissnige Gladiatoren auch so zu killen, dass sie Tiere schlönen. Weil Kämpfe gegen Tiere geben meistens auch sehr, sehr viel Geld. Und man kann auch gut wetten drauf. Und übrigens, diese Wetten kann man auch noch beim Manager, da bin ja ich als Manager, kann man da auch noch erhöhen. In dem, ähm, warte schnell, da muss ich mal schauen. Da, den Purse kann man noch hochsetzen. Also, dass man einfach mehr Gelder bekommt, wenn man das da tut, zu killen. Und, da, das Betting Maximum kann man auch noch hochsetzen, wenn man da, den Perk tut, hoch zu killen. So, das wäre es jetzt aber gewesen. Ich hoffe, du hast Spass gehabt. Ich hoffe, es hat dir etwas gezeigt, wie das funktioniert. Und sonst, bei Fragen, einfach gerne melden, unten in die Kommentare da rein. Und sonst, merci vielmals, dass du dabei warst. In dem Sinn, Cheers!